Dieses Video wurde mit 96 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Möchte ich die Geschwindigkeit weiter verringern, z.B. auf 50% davon, dann beginnt das Video leicht zu ruckeln. Doch dieses Problem ist lösbar mit einer Funktion von Premiere, die ich dir in diesem Video zeigen möchte. Die Funktion nennt sich Optical Flow und findet sich, genau wie auch der Geschwindigkeitseffekt, mit Rechtsklick auf einen Clip unter dem Punkt Geschwindigkeit und Dauer. Unter Geschwindigkeit und Dauer hast du die Möglichkeit, in einer prozentualen Zahl anzugeben, wie schnell das Video wiedergegeben werden soll. Gebe ich in diesem Fall 30 ein, wird das Video noch länger, da es nur 30% der Geschwindigkeit wiedergegeben wird. Man sieht leichte Ruckler, während das Wasser hier den Wasserfall herunterfällt. Um diese zu verhindern, klicke wieder auf Rechtsklick Geschwindigkeit und Dauer und wähle zusätzlich unter Zeitinterpolation Optischer Fluss bzw. Optical Flow im englischen Premiere an. Klicke auf OK. Nun siehst du, verändert sich hier oben der Balken auf eine rote Farbe. Das bedeutet, dass dieser Abschnitt neu gerendert werden muss. Das kannst du mit Enter machen und dann beginnt auch schon der Clip für dich zu rendern. Das Rendern dauert einen kleinen Moment, da Premiere in diesem Fall neue Frames berechnet, die es vorher noch gar nicht gab. Daher wird das Bild flüssiger und die Frames werden basierend auf den bereits existierenden Frames erstellt. Das neue Ergebnis ruckelt nun nicht mehr und sieht insoweit flüssig aus. Wiederholen wir das noch einmal kurz. Du hast einen Clip, den du nicht weiter verlangsamen kannst, da die Frameanzahl, mit der du ihn aufgenommen hast, nicht ausreichend ist. Also gehst du auf Rechtsklick Geschwindigkeit Dauer und wählst die neue Geschwindigkeit, in diesem Fall zum Beispiel 40% aus, minimal wären hier eigentlich 50% möglich und wähle dann einfach Optischer Fluss, Optical Flow aus. Das Video wird länger, du berechnest die neuen Frames und hast nun nach kurzer Zeit auch schon das Video neu berechnet, was nun flüssig aussieht und weiter verlangsamt werden kann. Jedes Mal, wenn du die Geschwindigkeit änderst, ist allerdings eine Neuberechnung der Frames notwendig. Wenn dich auch noch interessiert, wie du die Geschwindigkeit eines Clips Variables anpassen, also Speed Rams hinzufügen kannst, klick doch jetzt auf das hier verlinkte Video oder sieh dir an, wie du die Sprache von Adobe Premiere einfach ändern kannst. Abonniere gern Tutorial Center für weitere kompakte Tutorials. Tschüss und bis bald.